Kann denn künstliche Intelligenz oder autonome Systeme überhaupt vom Menschen lernen? Liefern wir als Mensch das passende Vorbild? Nicht unbedingt. Wir nennen es zwar Homo sapiens, aber wir sind fähig, Atombomben zu bauen, aber ganz offensichtlich unfähig, sie wieder abzuschaffen. Das ist nicht so viel sapiens, das ist eher Homo-Dummkopf. Also insofern bin ich skeptisch, ob die künstliche Intelligenz von uns so viel lernen kann. Das Hauptproblem unserer Zeit ist wirklich ein ethisches. Technisch sind wir Weltmeister, aber ethisch sind wir äußerst infantil geblieben. Deshalb haben wir da sehr viel Nachholbedarf. Vielen Dank, Herr Dr. Alt.